Das ist original so. Was muss das sein? Originalriss. Durst. Schon hab ich denn noch diese Stecker rum. Kleiner Leichenberg. Du überlegst halt, wenn du jedes Mal so weit laufen musst für so ein Stückchen. Für zwei Baumstämme. Stunden. Verstehe ich das, aber... Oh hier? Hast du was gefunden? Kleiner Bach. Die Höhle? Achso, ja. Ich hätte auch mal gerne einen Fisch gegessen. Mhm, aber dann brauchen wir ja solche Stecker. Wie baut man die? Hier ist ein Stückchen. Stückchen, Stückchen. Oh, ich muss erst mal zurück gehen, ey. Naja, der geht doch. Ein Wildschwein. Ach Gott. Okay, geht doch. Ist irgendwie voll unheimlich in so einem Wald, wenn man irgendwas rennen hört. Und jetzt ist es gar nicht da. Ey, wo ich vor uns alleine war. Die ersten 10 Minuten. Da hat die Tür geknarzt oder sowas. Also hier im Spiel. Da hab ich mir gedacht, what the fuck. Ach, schade, dass der Waschbär nicht mehr da ist. Hm. Ja, der war süß. Vielleicht war der gefangen und ich hab ihn aus dem Käfig freigelassen, wirst du? Das kann auch sein. Hast du jetzt fertig gebohrt? Ja. Hast du jetzt gebohrt gehabt? Na, das Ding, was du da hast, da... Du hast das da angefangen. Ach da, hm. Oh, was essen wir schon. Dann hau ich mal was drauf hier. So ein Rehfleisch oder so. Hier ist wieder ein Kaninchen drin. So. Ist auch noch so ein scheiß Körper hier, der muss weg. Ah, hier geht's. C. Aha. Steven, ich hab gerade unser erstes Kaninchen gefangen. Cool. Die Falle, es wird aufgestellt. Jo. Aber da muss... Da muss man das... Hier gucke, hier. Guckst du dir an? Oh. Oh. Süß. Zack, zack. Jetzt guck mal die Wand an. Hier noch ein großer Bildschirm, hä? Klackfeldfernseher? Das wär geil, ja. Oder? Oder ein Beamer. Die Wand noch weiß gestrichen? Krieg mal hin. Was fehlt uns hier noch? Stecker, ne? Stecker und... Warte mal, ich hab da noch ein paar. Äh, sechs Stecker. Äh, die finden wir da jetzt. Na, aber es fehlen ja trotzdem noch vier Köpfe. Achso, stimmt. Ne, die finden wir da jetzt. Ich komme da einfach noch zugelogen. Oh, meine Energie ist ziemlich wenig, aber irgendwie... Ich hab doch schon was gegessen jetzt. Na, essen... Setz dich doch lieber hin. Nicht meine Lebensenergie. Oh, noch ein Kaninchen gefangen. Ich bin voll der King. Kaninchen-King. Jetzt haben wir schon zwei. Zack. Oh, tsch, 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 tsch. Die machen zwar alle wieder die gleiche Bewegung, aber... Achso. Ein Stick. Sehr schön. Das, das stört mich irgendwie nach. Zwei, drei... Oh, kann ich sie keine Treppe ranbohren? Vier. Was mach ich so? Custom Stairs. Stairs. Wann ich das so tue? Steven, kriegen wir noch bitte fünf Stämme mit. Stämme? Na, Baumstämme. Das wird nichts. Alle werden sie weg. Was sag ich da unten? Ne, ich sammel, äh, Stecker. Sehr gut. Okay, ich glaub ich hab jetzt genug. Du kannst ruhig mehr mitbringen, weil du hast ja eh das Sammelding. Nö. Ist es dunkel und... Dann tut der noch mal einen Baum... Ach, siehst du. Ja, ich nehm was mit. Mach's in die andere Richtung. Irgendwo. Oh. Ah. Wirst du natürlich so oft... Mach's in die andere Richtung. Ja. 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 Es ist kalt im Wald. Halt aber nicht so dran. Hier. Willst du denn du bauen? Sieht das scheiße aus? Na gut. Guck mal hier, die Treppe. Gefällt dir das? Sieht das scheiße aus? Ja, aber. Was denn für eine Treppe? Ja. Äh. Ja. Was? Ja? Scheiße. Kannst du sie nicht runter bauen? Nee. Oder ich bin da wieder zu doof. Äh. Treppe. Ne. Das geht schon mal nie. Da gibt's immer halt diese Stairs. Und immer gibt's Custom Stairs. So. Links. Der hat ja hier auch Dings davor. Äh. Nee. Oh Gott. Hä? Der baut da eine Plattform. Ich will aber keine Plattform haben. Sehr cool. Das könnten wir dann hier benutzen. Ne? Ja. 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 Wie drehe ich denn das? Das ist bis hier. Ging das irgendwie zu drehen? Warte mal. So sieht das gut aus. Oh. 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 Hä? Hä? Ähm. Sowas wär doch gut, oder? Check, check. Was denn? Oh. Was denn? Hä? Wieso? Wie? Das ist auch nicht, ähm, eigentlich... Ich würde sagen, so wie ich schon hab schon cool, aber irgendwie... Ach, ah, okay. So wär das sogar eigentlich, ja? Ey, wie hast du das jetzt gemacht? Wär das nicht gut? Warte mal. Aber ist das hier richtig dran? Nee. Nicht ganz, ne? Warte mal, ich mach's mal weg hier. Ähm... Oh, ich muss auch was zu essen machen. Mir ist auch kalt. Oh, Feuer. Ja. Ich hör schon was. Oh, was trinken müsste ich. Mhm. Voll idiot. Oh oh. Was nun? Ich bin gleich tot. Jetzt will ich doch heilen. Wie geht denn das? Warte mal, ich hab noch. Auf Inventar nasset er dein Zeug noch. Deine Medizin hast du hundertprozentig, oder? Medizin, ja. Oh ja, jetzt. Okay. Wow. Das Feuer ist zu nahe, eindeutig. Ja, ich hab's jetzt eigentlich die letzten zwei, dreimal hingekriegt. Oh, halt. Mein Essen ist fertig. Hallo? Nein. Ist verbrannt? Nein. Ich versuche noch mein Essen zu kriegen. Geh weg. Ich kann's was essen. Geh weg. Oh krass. Ich guck dir zu. Okay. Ne, nicht im Inventar. Warte. Du hast im Inventar Treppen. Wie dreh ich denn das jetzt noch schon? Weißt du, das ist ja auch ein Problem. Hey, das drehst du, du tust es einfach, befestigen und dann drehst du es von alleine. Ja. Nur du musst aufpassen, dass es wirklich da dran ist, sag ich mal. Ja. Oh mein Gott. So, nicht ganz so einfach. Ne. Vor allem, wenn es noch nicht fertig ist, das andere Ding. Guck mal jetzt an. Das sieht doch gut aus. Ne, ist jetzt wieder falsch. Ne, das sitzt so dran. Ne. Das sitzt dran. Ne. Das sitzt dran. Das sitzt dran. Das sitzt dran. Das sitzt dran. Ja. Aber der Eingang ist hier drüben. Hier rechts hast du keinen Eingang. Siehst du das? Ach, der ist hier drüben. Ah. Nur, die Ecke. Okay, warte mal. Nochmal. Jetzt muss ich mich nochmal wärmen. Ja. Ich stelle mir die Weile über die Fall auf. Irgendwie ist es auch nicht gegessen. Hat er zwar irgendwas, aber funktioniert hat es? Hm. Der Eingang ist hier drüben. Also müsste ich... Oder ich mach's gleich schrägen. Ach ne, ist so doof. So, B. Custom Stills. Ui. Hier so. Und dann hier rüber. Es ist nicht so einfach. Ne. Wir müssen das erstmal fertig bauen, weil das... Das wird so nicht. Ja, das können wir auch machen. Bei uns sind wir... Bei uns sind 3er. Die kriegen wir noch. Warte. Ich müsste das mal weg machen. Ne, das sind 4er. Willst du die jetzt holen? Ne, das sind doch bloß 3. Ich setze mich jetzt mal ans Feuer. Mein Essen ist auch noch irgendwo hier drin. Oh, wie kriege ich denn das weg? Das ist nicht mehr gebaut. Cool. Was? Achso. Das ist nicht mehr gebaut. Da einfach, was weiß ich, mit Inventar. Ne, das geht ja nicht. Ah, okay. Ich habe genau gesehen, das Reh wollte die umbauen. Holst du hin? Wo war denn hier jemand? Hör auf! Siehst du, du musst aber deine Axt auch mal weiter ausbauen. Ausbauen? Wie ausbauen? Ja. Du kannst du so Zähne und Fehler dran machen, da schlägt dich stärker zu und mit Federn schneller. Was machst du dann mit, äh, Harz machst du die dran fest? Habe ich denn sowas? Warte mal. Ja. Zähne hast du auf jeden Fall. Zähne habe ich. Was brauche ich noch dazu? Harz? Also erstmal legst du mit rechts die Axt rein. Rechts die Axt, okay. Die ist drin. Und dann die Zähne. Hab ich, ja. Und dann halt, oh wie soll ich es sagen, über den Triflep, Triflep? Genau. Ah. Und dann rechts halt soviel drauf wie du dran machen willst. Ach so, ich kann mehr dran haben. Na ja. Alle Zähne machst du halt dann und soviel Harz musst du halt auch dran haben. Ich hab Durst. Kommst du mal bitte mit, mit? Ich will dich hier nicht alleine stehen lassen, wenn du gerade im Inventar bist. Oh Gott, jetzt hab ich ganz schön viel drin. Ja, ist ja gut. Was macht das denn? Achso. Was ist immer noch das? Oh, Damage ist schön aufgegangen oder so. Jetzt muss ich erstmal zum Feuer gehen hier. Ich erfriere sonst. Der Waschbär. Ich vermisse den Waschbär auf jeden Fall. Ja, der war echt cool. Oh, jetzt hast du mich mit reingeschoben. Geht der in Opholonia? Du sitzt gar nicht richtig drauf. Das ist doch so doof. Das letzte Mal ging das besser, ja. Naja, gut, egal. Du sitzt. Setz dich nochmal hin. Jetzt sitzt dich, jetzt geht's. Naja, ich schubst dich aber immer so ein Stück weg. Naja, aber vor uns hast du mich vorgeschubst. Ähm, was wollten wir jetzt? Was brauchen wir? Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal und für heute reicht's dann auch erstmal. Ja, okay. Also bauen wir das nächste Mal das Ding weiter. Auf jeden Fall das Ding weiter. Das Ding hier fertig bauen. Dann wollen wir noch die Treppe hier ran machen. So, ich guck mal kurz, ob wir noch ein neues Ganinchen haben. Oh, ich hab ein Lego angefangen. Cool. Zack, trot. Zack, trot. Aber ansonsten müssen wir uns halt einfach entscheiden, ob wir das Ding hier noch ein Einzäun. Einzäun. Wie weit was wir hier noch bauen. Wenn wir dann ein Ding so mit spielen, müssen wir auf jeden Fall noch eine Bank bauen. Die werden wir dann, denke ich mal, hier so hin machen. Zu trinken haben wir eigentlich genug. Siehst du? Das müssen wir mal ein bisschen beobachten, ob die Kaninchen sich weiter pflanzen. Das würde ich nämlich auch noch gerne wissen wollen. Was ist denn jetzt eigentlich da unten? Achso, ob die sich fortpflanzen oder was? Genau. Was habe ich gesagt? Weiterpflanzen. Ach ja. Diese Feiglinge. Die standen dich gerade vor drei Leuten, wissen wir, und dann sind sie abgehauen. Na, die haben deine Axt hier denn. Das kann sein. What the fuck? Der hat so eine große Axt. Geh, den haben wir keine Chance. Der hat so einen großen. Daumen ab. Ja. Ah, das mit den Waschbären? Das müssen wir auf jeden Fall nur noch mal im Auge behalten. Ja, noch mal probieren. Ha! Der hat mein neues Kaninchen. Warte mal, hier hängen doch eigentlich auch Köpfe dran. Komm an die. Ah, Dreie. Cool. Oh! Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Der hat mich überrascht. Aua! Hilfe! Boah, du blöde Sau. Die blöde Nucht. Komm her, hier! Ich bin gleich hinüber. Na, Medizin, Medizin. Wie nehme ich denn das so? Weiß ich gar nicht. Einfach mit irgendeinem Tauern, dann einfach doch klicken. Ja, aber... Ich geh mal ein Stück weit rein. Oh, 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 oh. Jetzt war ich tot. Scheiße. Warte mal, hier. Du kannst dich immer noch wiederbeleben. Ich komme mal zu dir. Oder? Ach, ich helfe ich doch nicht. So lege ich dich erst mal, du scheiß Note. Ich bin tot. Oh, wüsst du, wüsst du. Ach so. Ich bin schon immer wieder ein Klubzack. Aber ich denke mal, mit diesen Bildern hier sagen wir auch tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Lass es euch gut gehen. Haut rein. Tschüss. Tschüss.